Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier in diesem Bildschirm, weil ich das Spiel einmal rausgenommen hatte. Ich denke mal, wenn wir jetzt da draufklicken, spielen wir genau da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Das war ja aus der Luft, das. Danger Close ist die Mission. Ich weiß nicht, schon die zwölfte oder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn schon. Dreizehn Missionen haben wir jetzt schon gemacht. Oder das ist jetzt die dreizehnte. Ich weiß nicht, wie viele es hier gibt, aber in der Regel gibt es bei Call of Duty nicht so viele Kapitel in der Kampagne. Danger Close ist es also. Price, Gas, Fahrer und Alex erhalten bei der Durchsuchung eines von Conny kontrollierten Luftstützpunkts Unterstützung durch ein Kampfflugzeug der Shadow Company. Ja, da gehen wir rein. Ich würde sagen, wir gehen los, marschieren ab. Wir haben ja schon gesehen in der letzten Folge, dass wir dort aus der Luft wahrscheinlich schießen. Wir machen fortsetzen. Mal sehen, was kommt. Äh, ich sehe meinen Bodenteam nicht. Schüsse Sichtkontakt bestätigen. Sichtkontakt bestätigt. Drei Seite. Bodenteam, wir haben Sichtkontakt zu euch. Verstanden. Unser Ziel sind die zwei Hangars. Wir wägen uns auf euer Zeche. Ach, er hat auch ganz unerfällig da mit seinem... Bodenteam, Position halten. Wir sichern das Gebiet. Mit seinem Laserpointer geleuchtet. Schüsse der Schutz starten. Schalte die Bedrohungen aus. Am Abzug. Dann mal an die Arbeitsschadows. Conny weiß, dass wir hier sind. Direkt. War ich das richtig? Irgendwie... Bedrohungen im Nordosten. Conny beim Kommunikationsturm. Schütze, den Turm ins Visier nehmen. Das ist eine Raketenstellung beim Turm. Schütze, eine Rakete auf diese Stellung. Conny zielt auf uns. Schieß eine Rakete auf die Stellung. Noch eine? Feindliche Raketestellung. Äh. Das hat ja lange... Bestätigt. Markiere. Gehört. Bodenteam, wir haben Sichtkontakt zu euch. Verstanden. Unser Ziel sind die zwei Hangars. Wir wägen unser Feuerzeichen. Markiere Bedrohungen auf dem Friedhof. Bodenteam, Position halten. Wir sichern das Gebiet. Schütze, Beschuss starten. Schalte die Bedrohungen aus. Am Abzug. Dann mal an die Arbeitsschadows. Rakete, 40 Millimeter. Direkt. Conny weiß, dass wir hier sind. Dann habe ich eben mit Raketen zuerst auf die hier geschossen. Bedrohungen im Nordosten. Conny beim Kommunikationsturm. Schütze, den Turm ins Visier nehmen. Den Turm ins Visier nehmen. Schütze, eine Rakete auf diese Stellung. Conny zielt auf uns. Schieß eine Rakete auf die Stellung. Mutter Treffer. Ziel zerstört. Jetzt konnte ich... Ah, ja. Conny rückt auf den Friso vor. Shadow 1. Boden Team hat Kontakt. Feuer frei. Verstanden. Wir sind dran. Schieß auf den Fiethof, Schütze. Gute Schüsse. Ich mache sie alle platt hier. Die Mission ist auf jeden Fall schwerer, als ich angenommen hätte. Die Mission ist auf jeden Fall schwerer, als ich angenommen habe. Alles klar. Shadow passt auf euch auf. Der geht nirgendwo mehr hin. Willkommen in Usykstan. Kontakt! Shadow feindkontakt. Vordere sofortigen Beschuss an. Verstanden. Wir sind dran. Hab ich. Boom. Schön den LKW wegge-freshed. Roten Team, wir können loslegen. Verstanden, wir rücken vor. Deckung gegen Shadow. Verstanden. Feinde aus südlicher Richtung. Markieren. 3-1 in Vertakt. Shadow 1, werden beschossen. Gebt Feuer, Schut. Verstanden, Kilo. Wir arbeiten dran. Bueno. Guter Angriff. Keiner weniger. Komm schon. Guter Schuss. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deshalb rede ich gerade zu wenig. Direkt. Das sieht, äh, wahrscheinlich ist es schwerer, als es aussieht. Direkt. Der Typ ist erledigt. Shadow 1, gute Treffer. Immer weiter so. Badenteam rückt vor. Wir schützen euch. Natürlich tun wir das. Shadow 1, Connie will ein Flugzeugstart in westliches Rollbahnende. Verstanden. Connie, Jet. Markiere das Ziel. Erledige diesen Jet, bevor er abhebt. Wo? Crew, legen wir los. Wenn er in der Luft ist, haben wir ein großes Problem. Der Jet hit. Feindlicher Jet zerstört. Luftüberlegenheit, Shadows. Feinde stoßen über die Rollbahn vor. Boden Team, mehrere Connie auf der Rollbahn. Geht in Deckung, wir räumen euch den Weg. Verstanden, halt in die Position im Südrechland. Lockt für die Sicherheit des Boden Teams, nicht auf die Hangars feuern. Donne, schon. Erwischt. Boden Team, ihr könnt loslegen. Die van gut, oder? Boden Team rückt zur Hangar Rhein vor. Ich gebe Ihnen Deckung bis ins Zielgebäude. Nicht auf die Hangars schießen, bis wir die Chemikalien haben. Wir wollen Makarov nicht den Sieg überlassen. Okay, jetzt sehe ich keine mehr. Boden Team hat Hangar 1 erreicht. Wir gehen rein. Bedrohungen aus den Gebäuden auf der Südseite der Basis. Markiere. Schütze, lass Connie nicht in die Nähe des Hangars. Ich gebe Ihnen Deckung. Shadow 1, der erste Hangar ist sicher. Suche jetzt nicht die Chemikalien. Verstanden. Du hast es mal. Wir werden mit Raketen verschaffen. Raketenwerfer entdeckt. Turm im Süden von Hangar 1. Seine wehren sich Hangar 1. Shadow 1, die Raketenwerfer neutralisieren. Bonnie darf die Hangars nicht zerstören. Bedrohungen rücken zu Hangar 1 vor. Verstanden. Kommando an Boden Team. Lagebericht. Hangar 1, 50. Keine Chemikalien. Unsere Quelle ist überschlecht. Verstanden, weiter zu Hangar 2. Bevorrücken. Shadow, geben Sie Feuerschutz. Roger Gold Eagle. Wir helfen Boden Team. Verstanden, weiter zu Hangar 2. Mörserfeuer auf der Westen. Schütze, schießt auf die Mörser. Erledige sie. Vorsicht ihr. Werden beschossen. Shadow 1, erledigt die Mörser. Den nächsten kriegen wir aus. Boah, ich habe das zu spät gesehen. Verdammt. An alle Stationen, keine Chemikalien. Hangar 1 ist leer. Bodenteam zu Hangar 2 vorrücken. Shadow, geben Sie Feuerschutz. Roger Gold Eagle. Wir helfen Boden Team. Verstanden, weiter zu Hangar 2. Mörserfeuer auf der Westen. Schütze, schießt auf die Mörser. Erledige sie. Mörser-Team ausgeschaltet. Seiz Makarov, er wird seine Basis verstören, um die Chemikalien zu behalten. Sie werden im nächsten Hangar sein. Oh, der ist noch gut entkommen. Oh, Spieler. Wieder. Raketenbeschuss von Östlich, der Tanga. Und die Raketenwerfer feuern. Wir werden mit Raketen beschossen. An alle Stationen, an alle 2 ist sicher. Wir haben die Schäuze. Habe ich es erledigt, oder? Markar auf. Negativ, er ist nicht hier. Er könnte in der Nähe sein. Bodenteam, neutralisieren Sie die Chemikalien. Ich kann nichts sehen. Shadow überwacht und beschützt das Bodenteam, bis der Job erledigt ist. Verstanden, Gold Eagle. An alle Stationen, wir fangen Conny-Kommunikation von außerhalb der Basis ab. Sie schicken Panzerfahrzeuge und Verstärkung auf ein Großaufgebot vorbereiten. Verstanden, Tomado. Wo, wo, wo? Feindlicher Panzer, Norden der Basis. Shadow 1, der Panzer darf die Chemikalien nicht zerstören. Lass den General-Gedirn, den Panzer eliminieren. Schieß eine Rakete drauf. Da, wo der Funkraum ist, oder war. Feindlicher Panzer zerstört. Gut, ich hasse diese scheiß Dinger. Okay. Feindfahrzeuge im Nord. Verstanden, markieren. Schütze auf die Fahrzeuge zielen. Wir rücken zu Hangar 2 vor. Komm schon. Feindlicher Hubschrauberstaat im Nordwesten. Sie kommen auf uns zu. Hab sie, Helis markiert. Schütze, hol die Vögel vom Himmel. 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 Schieß doch. Deine Chance gegen das Auge am Himmel. Eiskalt, Schütze. Gut geschossen. Komm, 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 komm. Guter Angriff. Komm. Der letzte Panzer geht in kürzlich von uns. Keddo, der Panzer darf die Chemikalien nicht direkt ausreiten. Du weißt, was wir holen jetzt. Eure Rakete aufziehen. Die beiden Stellenabzug. Drei Fahrzeuge. Sie kommen durch das Treibstoffdepot nördlich von uns. Alle Stationen. Conny plant einen weiteren Angriff. Oh dann, ich seh keinen. Oh du Scheiße. Aus dem Hangar. Gut. Guter Schuss. Reisen Sie vom Hangar fern. Scheiße, das verkehrt dem Achtung. Rücken von oben. Bring Conny aus dem Hangar zurück. Sorgt für die Sicherheit des Bodens. Ja, ich arbeite dran. Was soll ich übernehmen? Rakete im Anschluss. Guter Treffer. Wunderschön. Wunderschön. Boom, Baby. Sorgfeste, Jakob. Das könnt ihr mit Kaido umranden. Alter. Ja. Das war's, oder? Negativ. Chemikalien sind noch aktiv. Brauchen mehr Zeit. Verstanden. Sichern. Graves, weiter überwachen. Wenn Sie Makarov sehen, schalten Sie ihn aus. Roger Gold Eagle, Shadow 1 steht bereit. Sehr gut. Das ist wirklich schwerer als es aussieht. Shadow, knallen Sie den Mistgal ab. Verstanden. Der geht nirgendwo hin. Bringen wir's train in the shadows. Versteh dich. Schütze bereit. Der Heli will den Hangar zerstören. Brauchen Luftunterstützung. Komm schon. Erlaubt die Delikalie nicht drücken. Wir werden vermieden. Den hab ich gut geholt, oder? An alle. Feindlicher Vogel abgeschossen. Vladimir Makarov ist tot. Verstanden. Chemikalien neutralisiert. Verlassen jetzt den Hangar. Graves, feuern Sie eine Rakete auf den Hangar, sobald es am Boden sicher ist. Begraben wir Makarov mit den Chemikalien. Verstanden. Shadow, ein Sportteam ist draußen. Mach den Hangar platt. Schütze raus damit. Jaaaa. Treffer, der Angar ist gestört. So wird das gemacht, Shadow. Zetania, Vladimir. Oh, ich hätte auch so gerne noch eine reingeballert. Es gibt drei Dinge, denen man nicht entkommen kann. Tod, Steuern und mehr. Danke für die Gesellschaft, Leute. Kommando zurück zur Basis. Den weg. Verstanden, Shadow. Herzklassige Arbeit da draußen. Guten Flug, Junge. Danke für die Hilfe, Shadow. Sechs an alle Stationen. Abschuss ist nicht bestätigt. Ich wiederhole, Abschuss ist nicht bestätigt. Wir müssen alles absuchen nach Makarov. Gold Eagle an alle Stationen. Der Befehl lautet abrücken. Da draußen ist nichts weiter als Feuer und Schwefel. Mehr Bestätigung brauchen wir nicht. Sechs auf die Eins. Sechs hört. Es ist vor Python. Der Mistkerl ist in der Hölle. Das dachten wir auch von ihrem kleinen Shadow, Graves. Makarov ist tot, Captain. Kriegen Sie das in Ihren Schädel. Eagle endet. Niemals ist der tot. Niemals ist der tot. Ne? Wenn er lebt, werden wir es wissen, Cap. Wo und wann? Das ist die Frage. Also kämpfen wir weiter, wa? Also ich muss gestehen, die Mission war deutlich schwerer, als sie ausgesehen hat. Wir stehen tief in der Schuld unserer Taskforce. Und der ULF für den Erfolg gegen Wladimir Makarov und seine Privatarmee. Man hört einiges über die ULF. Sind Fahrer Karim und ihre Leute eine Terrororganisation? Nein. Fahrer Karim ist und war stets eine Verbündete der USA und unserer westlichen Partner in der Region. Woher hatte Commander Karim amerikanische Waffen? Fast ein Jahrzehnt lang belieferte ich Commander Karim. Und ihre Missionen gegen Al-Katada und russische Einfälle in Urzikstan. Wer genehmigte Ihnen das? Keiner. Die Lieferungen waren illegal, aber sie retteten Leben. Und ich habe das Geld bewilligt. Ruhe, Ruhe bitte. General Shepard im Oktober 2022. Befallen Sie da der Shadow Company das Feuern auf eine Taskforce unter Ihrem Kommando in Las Almas, Mexiko? Nein, tat ich nicht. Mr. Graves, erhielten Sie den Befehl zum tödlichen Beschuss auf TF 141? Ja, so war es. Ruhe, Ruhe hinten im Saal! Wer hat Ihnen das befohlen? General Herschel Shepard. Und was dann? Haben Sie den Befehl befolgt? Nein, habe ich natürlich nicht, Sir. Ruhe! Ruhe! Scheiße. Die sind sich in den Rücken gefallen. Sie retten nur ihre eigene Haut. Jedermann für sich selbst. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Lassen wir das zu, Boss. Man führt einen Krieg zu Ende, mit dem man siegt. Keine Gefangenen. Gute Jagd, Commander. Gleichfalls, Captain. Nick! Flieg Fahrrad zurück, ja? Wird gemacht, Captain. Okay, zur Exfiltration. Wir fliegen heim! Watcher an Bravo. Schieß los, Watcher. Der MI6 gibt Kommunikation von Connie an uns durch. Mach es kurz, Kate. Wo sind Sie? Connie ist in London. Heilige Scheiße. Lebt Makarov noch? Es gibt Kommunikation von einem Zahn 9-0. Sein Rufzeichen. Was machen die in London as well? Laut Aufklärung trifft sich Connie morgen mit einer Bekämpfung. Die Bekannten Black Hat im Greensbury Park. Eine Hackerin. Das ist unsere Spur. Auf was will Connie Zugriff? Wir müssen es rausfinden und verhindern. Die Hackerin führt uns zu Makarov. Connie ist in London. Er kann nicht weit sein. Sobald wir Infos haben, müssen wir schnell sein. Ich koordiniere mit der Londoner Polizei und SFO. Ghost, klingt dich ins Londoner Überwachungssystem. Sei unsere Augen. Der Rest von uns verfolgt das Ziel. Makarov könnte in unserem Hinterhof sein. Wenn wir erfahren wo er steckt, schlagen wir zu. Vorerst. Folgen wir der Spur und finden ihn. Bravo 07 an Watcher. Kamera ist online. Ich sehe es. Funk check. Check. 6 in Position. Soap. Laut und deutlich. Bestätigt. Dienstag 21. November. Das stimmt sogar. Check okay. An die Arbeit Bravo. Roger. Halte dich bereit, Soap. Bleib unbemerkt. Verlehren wir sie, verlieren wir Makarov. Verstanden. Trojanisches Pferd. Ey, es ist heute wirklich Dienstag, der 21. November. Ei. Ich bleib unter dem Radar. Verstanden. Wem jage ich? Soap. Du kannst los. Hast du mal Feuer? Du rauchst, Johnny. Zur Tarnung, Lieutenant. Wenn du meinst. Ziel bewegt sich, Sergeant. Wenn sie mit jemandem spricht, müssen wir das hören, Soap. Verstanden. Sie spricht. Ich bin unsichtbar. Was für wunderschöne Schiffe hier. Schöne Brücke. Ihr Telefon klingelt. Geh näher ran und lausche. Du musst sie belauschen, Soap. Uns darf kein Wort entgehen. Hey. Ich hab die Zahlung. Ich hab den USB-Stick hinter den Neue-Einwand bekommen. Ey. Ja. Zwischen Bistro 43 und Tea Café. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Toter Briefkasten für einen Käufer. USB-Stick, Gasse zwischen Bistro 43 und Tea Café. Wir brauchen Sicht. Ghost, übernimm an den Kameras. Roger. Sehe das Ende der Gasse. Keine Spur von Conny. Die sind wohl weg. Gut. Such im Überwachungsvideo nach jemandem, der die Gasse verlässt. Für sie ist wahrscheinlich der Käufer. Zurückspulen. Hab ihn gefunden. Bleib an ihm dran, Gott. Wir brauchen, was immer er hat. Der Käufer ist hineingegangen. Sichtkontakt verloren. Wechsel auf eine andere Kamera. Wie mach ich das? Achso. Ich seh ihn hier aber nirgends. Ich seh ihn hier aber nirgends. Ich seh ihn hier aber nirgends. Ziel überquert die Straße. Bleib an ihm dran, Lieutenant. Wir zählen auf dich. Sichtkontakt zurückerlangt. An alle Bravo. Ziel geht in den Fußgängertunnel. Der Tunnel ist eine Sackgasse. Ein gutes Versteck für Conny. Und Makarov. Die Polizei und SFO stehen bereit. Schlage vor, wir rufen Sie her. Verstanden. Alle Stationen bereit machen zum Vorstoß. Roger. Sechs unterwegs. Die Umgebung abriegeln. Der Rest kommt mit mir. Tunnel sicher. Da ist eine verschlossene Tür, die zum alten Bahnhof führt. An der Tür und bereit, sie aufzubrechen. Ui. Bereit zum Aufbrechen. Auf ihr Zeichen, Captain. Bereit. Ziehen wir es durch. Aufbrechen. Drei. Zwei. Eins. Los. Wir gehen rein. Gehe nach links. Gehe nach rechts. Sicher. Gehe durch die Mitte. Das Wolf ist drin. Verstanden. Findet den Käufer und sichert den Stickjob. Team 1. Mit uns nach unten. Verstanden. Team 2 hält oben Position. Oh, hier ist der. Kontakt. Hier ist против. Captain. Mehr Feinde voraus. Vorrücken. Ich wusste nicht, ob der eine Waffe hat oder ob es ein Zivilist ist oder vielleicht doch ein Feind. Deshalb habe ich ihm nicht direkt eine Kugel in die Birne geschossen. Oh, ein Beach Cruiser. Kontakte im Gang. Gas flakiert. Leute, drück auf rechter Seite vor. Was habe ich denn hier für eine Pisswaffe, Alter? Gehe doch kaputt, du Scheißding. Jetzt müsste es gleich quatschen. Ich weiß nicht mal, was das hier für eine Waffe ist. Vom Schuss her würde ich sagen, es war eine Schrotflinte. Oh, 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 oh. Ist auch eine Schrotflinte. Die Holger Ja, dann erschreck mich nicht so, du vollflach Penner Wie, 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 was Granato? So eine, so eine Platte wäre nicht schlecht, ne? Ich würde das mega gerne tun, aber ich muss hier erstmal durchkommen Oh Nach wem und was wir suchen, könnte im nächsten rausgehen Nehme die linke Seite, Paketenwerfer Paketenwerfer am ersten Stopp, linke Seite Paketenwerfer lebt nach, ausgreifen Noch ein Feindgeschütz, hinten im Raum Nicht schießen, nicht schießen Ich lege das Nein, nein, nein Der Feind hält die Stellung im ersten Stock Jetzt muss von meinem eigentlichen Eigentlich auch die Mission vorbei sein, er hat mich getötet Ich weiß, dass er da gerade eine Granate geworfen hat, aber ich wusste nicht wohin Und dass ich dann da genau reinlaufe, das war ja sowas von klar Von hier komm ich nicht hoch, ne? Ich habe ihn nicht hoch, ne? Ich habe ihn aufgeschüttet Oh es ist jetzt nicht hoch! Ich habe ihn aufgeschüttet Ich habe ihn aufgeschült Ich habe ihn aufgeschült ein feind geschützt hinten im raum du genau so also jeder der jetzt hier einfach um die ecke gelaufen kommt für den sieht es schlecht aus sicher meint ihr mit dem usb stick habe ich scheiße der upload war komplett usb-stick erlangt was drauf war wurde ins zugnetzwerk des bahnhofs hochgeladen ein trojaner kontroll über die züge noch was die gesichtserkennung von das vor zehn minuten eingestiegen in einem zug voller zivilisten geiseln opfer der tunnel ist 500 fuß tief und 30 meilen lang es befinden sich dort zu jeder zeit tausende von menschen bravo er will die züge einschließen und den tunel sich stören wir haben keinen beweis noch nicht makarovs zug hielt nach 20 meilen an einer gleiskreuzung ich fordere von sfo ein zweites team an wir können jede hilfe gebrauchen wir nehmen den wartungstunnel los jetzt bevor es zu spät ist auf geht's freunde der hat aber auch immer einfälle der typ ne immer wenn ich denke jetzt haben wir ihn macht er irgendwas anderes wieder und ich denke mir so verdammt wir sind wieder kilometer entfernt die hälfte von ihnen folgt dem lieutenant der rest kommt mit mir alles klar bleibt zusammen tut was ich sage machen wir uns an die türen okay sechson watcher sind am ziel holen makarov verstanden schnapp ihn dir John der bastard gibt nicht kampflos auf ja wie aber auch nichts anschein ne countdown hallo hier ist 30 wenn makarov die züge kontrolliert können wir wieder zugriff erlangen wir arbeiten an ihrer firewall die hackerin war gut gut darin einem irren arschloch für geld zu helfen konny voraus sie haben uns nicht bemerkt lassen wir es dabei ja bei der vorst sollten sie ausschalten Oh, 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 ich glaube, ich war zu langsam. Diesmal war das nicht meine Schuld, definitiv nicht. Ich hoffe doch, ich möchte hier nicht als Captain mein Team verlieren und sie in den Tod geführt haben. Vorsicht beim Feuern. Verstanden. Wie? Wie, wie, wie? Ich geißel im nächsten Raum. Vorsicht beim Feuern. Verstanden. Das war besser, oder? So, Manners, ihr habt Feierabend für heute. Er ist fast zum Schluss. Oh, schön. Feierabend für heute. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Ich will nicht nach Hause. Ich will wirklich nicht nach Hause. Kennt ihr meine Frau? Da will ich nicht wieder hin. Nein. Bitte, lass mich arbeiten. Chef, Überstunden. Bitte. So. Rück hervor. Ich glaube, das ist ein guter Bereich für die See. Ich glaube, das ist ein guter Bereich für die See. Das war es schon von denen, oder? Ich glaube, das ist ein guter Bereich für die See. Na, Grizzly. Ich hätte schwören können, gerade wo ich den Zug getroffen habe, gleich tot. Wieder ein Zivilist getötet. Beim Vorbeifahren. Kugel im Kopf. Warte, erst mal kommt der zu. Aber für die kriege ich keine Munition. Oh, 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 Granate, Granate, pass auf, pass auf. Diesmal sind sie mutig geworden, sie kommen mir richtig vor. Das nenn ich mal ein Headshot. Noch mehr. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bitte nicht. Ich sehe aber keine Feinde mehr. Rücken vor. Gegen Deckel. Wir machen Fortschritt. Durst, Gerst, hoffen Kontakt. Wie ist eure Position? Verstand, wir rücken vor. Makarov muss in der Nähe sein. Ach, das ist Soap. Fast hätte ich eine Kugel in die Birne geschossen. Warum kriege ich denn aber unser, unser, äh... Was? Noch mehr Conny, schlagen wir uns durch, Sir. Wir Schögernaut aufpassen. Wir sind der Panzer. Mach ihn fertig. Schuze, der Kugel, 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 der Kugel! Der Kugel, 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 der Kug Das war gut, ne? Ich werde diesen Krieg gewinnen für meine Vorsicht! Wir hocken hier echt in jeder Ecke. Gas an 6! Conny macht Druck! Wir sind festgenagelt! Das bedeutet, Makarov ist noch hier. Achtung, Sie haben an jeder Ecke schon... ...verstanden, bitte! Keine Wunderte! Captain! Conny bewacht eine Bombe! Sehe ich! Den haben wir gut weggeballert hier. Der hat sich hier direkt eingeschissen und an seine Kiste gesetzt. Ja, Sir! Soap, ran an die Bombe! Aye! Zwei Minuten, Sir! An alle Bravo! Bombe an der Gleiskreuzung! Brauche hier Deckung! Sofort! Roger! Kommen zu dir! Verdammt der Scheiße! An die Arbeitszone! Ja! Na klar, na klar! Was soll ich tun, was soll ich tun? Da. Ich bin drin. Was jetzt, Tom? Schmutzige Bombe-Cap, seeh vi und radioaktives Pulver. Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa! Wir entschärften für Sie! Ich brauche das Hersteller-Logo auf der großen Platine. Redem mit mir! Das Logo auf der Platine. Das oder was? Wo, wo, wo? Boah. 1, 5, 9. Die haben Soap getötet. Verdammte Scheiße. Johnny! Captain, die Bombe! Wie stopfen wir sie? Fuck. Soap sagte, wir schneiden gleichzeitig auf drei. Verstanden? Roger. Auf drei. Eins, zwei, drei. Entschärft. Entschärft. Wir sind sicher. An alle Stationen. Hier Bravo 6 auf gut Glück. Gefahr neutralisiert. Bombe ist sicher. Ein Gefallener. Hilf dich. Und dann erwischt es Soap. Und dann erwischt es so. Was macht sie da? Was macht sie da? Er war der Beste von uns. Der Tafster. Er hätte es mit der Welt aufgenommen. Wer wagt, gewinnt. Schlafe sanft, Soldat. Kannst wegtreten, Bruder. Wir übernehmen. Ruhe in Frieden, Johnny. Ich heule gleich. Was? Begrabe Feinde nie lebendig. Oh, das ist das Ende. Tja. Sledgehammer Games. Ja. Dass er jetzt drauf geht, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich weiß auch nicht. Ist das Spiel genauso wie Modern Warfare 3 damals für Playstation 3? Ich hab gar keine Ahnung mehr, Alter. Das ist gefühlt schon tausend Jahre her. Für mich kommt das hier vor, als wäre es ein komplett neues Spiel. Vielleicht ist es ja auch ein komplett neues Spiel, aber nicht eine Mission davon ist mir bekannt. Und natürlich die Charaktere schon so ein bisschen und die ein oder andere Mission hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht hab ich sie schon mal gesehen, aber es ist ja jetzt auch nicht so, wenn man ehrlich ist, dass bei Call of Duty alle Missionen so voneinander, sich so voneinander unterscheiden. Das ist ja auch das Ding, ne? Ähm, aber im Großen und Ganzen, na klar, die Story jetzt hier, die Kampagne, das ist jetzt hier kein, äh, ewiges Spiel, ne? Keine, keine Storyline, die ewig geht. So, so Assassin's Creed Valhalla mäßig, 50 Stunden oder so. Sondern, äh, ähm, wie lange war das jetzt? Wie viele Folgen haben wir gemacht? Elf? Fünf Stunden vielleicht? Waren das jetzt circa fünf Stunden? Kommt das hin? So fünf, sechs Stunden würde ich sagen, vielleicht vier, fünf, sechs Stunden, sowas. Vielleicht täusche ich mich auch komplett, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ob das jetzt 70 Euro wert war, hab ich 70 bezahlt? Ich glaub, ich hab 70 bezahlt, aber ich hab noch so ein Bonus-Teil dazu gekriegt, hier so ein, so ein, keine Ahnung, da war so, so ein 3D-Bild oder was das ist dabei, so ein kleines, mit Sticker und Aufnäher und sowas alles. Ob das jetzt rein für die Story 70 Euro wert ist, das auf keinen Fall. Aber man spielt ja auch meistens noch online-Multiplayer mäßig, ne? Da ist das bestimmt, äh, der, der Spielspaß noch mal höher. Okay, was passiert da? Ich glaub, da war Kate. Oder da hat sie hingeschrieben, ich weiß es nicht. John. General. Wer hat sie eingelassen? Eine Freundin. Hm, hm. Laswell. Sie sind doch einer von den Guten. Hm. Waren wir beide? In diesem Job muss man eben Opfer bringen für das größere Ganze. Allerdings. Auch sie haben Leichen im Keller, John. Das werden sie noch bereuen. Oh, ich bettle bestimmt nicht um mein Leben. Nicht vor ihnen oder irgendwem sonst, Captain. Das wäre auch nutzlos. Was? Einfach so? Tja. Das war's wohl. Ich, äh, weiß nicht, was, was ist mit Makarov jetzt? Den haben wir ja, der wurde nicht erwischt. Ich steig da auch nicht ganz durch in der Reihe. Wo werden wir, wo, wann werden wir nochmal auf ihn treffen? Ich hab keine Ahnung. In welchen Teilen, wie, wo, was, warum, keine Ahnung. Aber hier scheinbar nicht mehr. Äh. Ja, ansonsten, wie gesagt, rein Kampagne-mäßig vom Preis, denke ich, nur, wir reden jetzt nur Kampagne, sind die 70 Euro auf jeden Fall nicht wert. Ich denke aber auch, Call of Duty ist nicht unbedingt auf die Kampagne ausgelegt, sondern mehr auf den Online-Modus, Multiplayer, Zombies, bla, bla, wie es da alles so gibt oder was da alles so gibt. Dennoch finde ich persönlich jemand, der, der sehr, sehr gerne Kampagnen-Spiele spielt, auch von Call of Duty, finde ich, finde ich die Story und, und die Kampagne ganz okay. Ist jetzt nichts Übermäßiges und auch nicht, äh, die durchdachteste Story oder sonstiges, ne, aber es macht trotzdem Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, boah, hat gar keinen Bock gemacht, sondern es hat wirklich Spaß gemacht. Es waren auch viele witzige Momente dabei, auch, auch, ähm, Momente, die so ein bisschen tricky waren, aber ansonsten hat's definitiv Spaß gemacht, ähm, und wie gesagt, vom Online-Spielen ist das Spiel ja auch noch gedacht, oder überwiegend gedacht, ähm, ja, ich würd's immer wieder spielen, na klar, jetzt im Nachgang würde ich dann, ähm, Modern Warfare 2 erst spielen, da ich's mir nicht gekauft hab, oh, Entschuldigung, da ich's mir vor, vorweg nicht gekauft hab, ähm, hatte aber andere Gründe, hatte nichts mit Call of Duty zu tun, sondern mit mir persönlich, aber das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ja, die Leute, die hier auftauchen, vielen, vielen Dank, die hier alle stehen, alle, die an dem Spiel beteiligt waren, die das möglich gemacht haben, dass, dass wir dieses fertige Produkt oder auch ich dieses fertige Produkt jetzt spielen durfte, vielen, vielen Dank dafür, ähm, habt ihr gut gemacht, die Grafik brauchen wir gar nicht drüber reden, ne, die ist auf jeden Fall fantastisch, richtig gut, auch die Geräusche der Waffen finde ich geil, wenn sie so in den, das klingt jetzt wahrscheinlich voll krank, aber wenn sie so in den Körper der Gegner einschlagen, wirklich diese, ich kann das gar nicht nachmachen, aber selbst das fühlt man richtig, das macht Bock, so, jetzt, das, das klingt, ich kann's nur wieder sagen, krank, aber wisst ihr, was ich meine, das hatte ich schon bei, bei Modern Warfare, dieses für Playstation 4, was neu kam, ich hab's geliebt, zu spielen, wenn du, wenn du jemanden triffst, richtig dieses Klatsch, 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 wie die Kugeln einschleifst, ich kann's einfach nicht beschreiben, vielleicht weiß der ein oder andere, was ich meine, aber, ähm, das ist, kommt richtig gut drüber, hat man wirklich nicht in allen Call of Duty Teilen, äh, ja, ich, wie gesagt, bin jetzt nicht, dass ich sage, boah, 70 Euro rausgegeben, ich bin voll enttäuscht und sowas, nee, das, das hab ich nicht, ich, äh, hab mich auf die Story gefreut, wurde nicht enttäuscht, vielleicht aber auch, weil ich gar nicht mehr erwartet hab, als das, was ich jetzt bekommen hab, ne, wenn man Call of Duty spielt, dann weiß man immerhin etwa, was man so bekommt und das haben wir hier definitiv bekommen, äh, ja, das, äh, will ich gar nicht schlecht drehen, aber, ich lass euch jetzt mit den Credits alleine, ähm, wenn man das Spiel jetzt bewerten würde, das mach ich ja meistens, wenn ich ein Spiel gespielt hab, wenn Szenen das Beste ist, würde ich dem Spiel, wenn man jetzt alles mixt, Grafik, Story, das Gefühl, den Spielspaß, dies, das, würde ich dem Spiel schon so ne, 6, 7 geben, sowas vielleicht, so dazwischen, sagen wir ne 6,5 würde ich dem geben, ne, es ist jetzt natürlich nicht, nichts überwältigen, es ist jetzt nichts besonderes, haben wir eben schon gesagt, was die Story angeht, dennoch, finde ich, war die Story okay, ne, ich finde, man hatte da gute Momente, hat auch viele gute Momente gesehen, aber es war jetzt auch nichts unnormales, deshalb ne 6,5 denke ich, ist ganz okay, ist aber ohne den, den, den Multiplayer-Modus und sowas, ne, ohne online, ohne alles rein, rein, ich geh jetzt rein von, von der Kampagne, von dem Spielspaß, von, von der Grafik, von, von den Soundgeräuschen, sowas halt, wie es mir rübergekommen ist und da würde ich sagen, ne 6,5 von 10 ist da ganz okay und das soll absolut nicht negativ sein, ich kann es nur jedem empfehlen, spielt es einmal selber, Kampagne ist ganz anders wie, wie Multiplayer, viele, auch in meinem Freundeskreis spielen nur den Multiplayer, wahrscheinlich ist es da auch sinnvoller, 70 Euro auszugeben für den Multiplayer, ich weiß nicht, ob ich den Multiplayer jetzt mal spielen werde, ich, ich versuch's, ich nehm's mir eigentlich oft vor, dann auch den Multiplayer mal durchzuballern, wobei, durchballern ist da ein bisschen schlecht, aber halt gut zu werden da drin, aber das ist mir so, das gelingt mir immer so semi-gut, deshalb meistens Kampagne, dann bin ich schon wieder irgendwo im anderen Spiel und, äh, ja, tagsüber oder, 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 wenn ich da mal nicht spiele, gilt so mit euch, sondern rein privat und, äh, off-screen so, off-screen dann, dann, ja, ist es halt was anderes. Gut, Freunde, ich lasse mich jetzt alleine mit den Credits, nochmal, vielen, vielen Dank an alle Leute, die hier aufgelistet worden sind, an, an Activision, das ist wahrscheinlich Ende jetzt, ne, an, an alle, die hier jetzt stehen, an alle, die da mit dran gearbeitet haben, an alle diese lieben Menschen, die hier jetzt stehen, an all den Armen hier, Andy Salvo, Eric Johnson, Don Ross, Eric Sturgen, Sutin Wong, Howard Hussu, Amber Long und wie sie hier alle heißen, Daniel Nail, Lou Stuttart, Carl Lee, John Bonds, keine Ahnung, alle, die hier sind, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, ähm, Activision und, und High Moon und Raven und, und Binox und, und Sledgehammer Games, alles, was hier mit drin steckt, vielen, vielen Dank. Gut, ich werde mich verabschieden mit der Kamera, lasst euch noch ein bisschen mit den Credits alleine, könnt ihr euch gerne angucken und, ja, wir sehen uns mit Sicherheit im nächsten Spiel. Freunde, passt auf euch auf, ich hoffe, ihr hattet Spaß, 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 schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir gerne was da, abonniert meinen Kanal, unterstützt mich, wir haben eine lange Reise vor uns, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020